Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Auf meinem Kanal freut mich natürlich, dass ihr eingeschalten habt und zwar One Piece Unlimited World Red. Ganz genau, die Deluxe Edition, die ist nämlich jetzt endlich für die PS4 rausgekommen. Das waren ziemlich Überraschungen, dass das überhaupt angekündigt wurde, weil ich mit dem Spiel überhaupt nicht mehr gerechnet habe. Auf jeden Fall habe ich dieses Spiel schon mal vor ein paar Jahren auf meinem Kanal Let's Played und zwar auf der PS3. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, einige Jahre her und ich habe trotzdem irgendwie Bock, dieses Spiel nochmal von vorne zu let's playen, einfach nochmal aufzufrischen, einfach nochmal eine neue Version von Spooky zu zeigen. Und deswegen wollte ich, oder genau deswegen wollte ich das auf jeden Fall nochmal neu bringen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, ihr werdet zusammen mit mir durch diese One Piece Welt, durch diese neue Geschichte, zusammen durch diese, ja, Geschichte einfach reisen. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Projekt auf jeden Fall gleich mal einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr euch natürlich drauf freut. Wie gesagt, es unterstützt natürlich mich und auch die Publisher und Entwickler natürlich und das wäre auf jeden Fall eine super Sache. Jetzt will ich aber gar nicht mehr so viel quatschen, ich will direkt loslegen. Wir tun das Spiel starten und wir werden jetzt hier gleich mal einen von den zwei Spielstellen auswählen und werden da auf jeden Fall jetzt gleich mal reingehen. Wir haben die Hauptstory natürlich und das Kampfkolosseum. Wenn das Projekt gut läuft, werde ich natürlich auch das Kampfkolosseum durchziehen. Jetzt werde ich auf jeden Fall die Hauptstory machen, das ist das Wichtigste für mich. Und wie gesagt, wenn dann das Projekt noch gut läuft und das Interesse besteht, dann gerne auch noch das Kampfkolosseum. Aber wir fangen jetzt erstmal mit der Hauptstory an. Hauptstoryamodus starten, natürlich legen wir los. Lasst uns los! Ich werde mich nicht mehr überlegen. Der Name ist der Redd. Er hat sich nicht zufrieden. Er hat sich nicht zufrieden. Er hat sich nicht zufrieden. Entstehen Sie? Er ist nur ein Mann. Er hat sich nur einen Mann. Er hat sich mit dem Wettbewerben. Er hat sich nicht zufrieden. Er hat sich nicht zufrieden. Das war's für heute. Ich bin nur ein, was ich. Ich habe ihn verletzt. Aber ich glaube, dass es nicht so viele Jahre lang ist. Kudoburst! Oh! Hey, Ta-Nuki! Was das? Was du gesagt, dass du dich auf dem Schemann gesagt hast? Nuki-Ki! Ah! Das ist falsch! Das ist das Schemann, Nuki-Ki! Hatou-san! Es war eine lange Zeit, aber... ... dass du dich mit deinem Weg ist. Ah! Du hast du mir gefeiert, dass du mir gefeiert hast! Du hast du mir gefeiert, dass du mir gefeiert hast! Nuki-Ki! Kich-Ki! Naftalien... ... dass du dich mit meinem Lieblings-Ki bist für ein bisschen. Was das ein Ta-Nuki-Ki? Nihiiii! Wie hat es? Luffy... Jai-Ki, sehr glücklich. Detach! Das ist der Saat vom Spielzügel. Sieht aus! Åh, es ist der Saat vom Spielzügel. Sieht aus! Sieht aus der Saat von Ta-Nuki. Und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu One Piece Unlimited World Rats. Ich habe die Stadt nur die Verlust für die Stadt. Sie sind für die Züge und Brück und Brück und die Züge. Für mich ist das für Sie. Ich bin der Züge. Ich bin der Züge. WSOP und Fränky sind die Züge. Oh, ich bin der Züge. 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 Wir haben jetzt Zeit durch den Züge zu kommen. Wir arbeiten sonst? Na, ach! Ich bin der Züge. Wir machen如何 für die Züge. Ich bin der Züge. Nach dem Züge. Nichts, ich bin etwas sehr, Joe. Ich bin der Züge. Nei, nei, Ui da wa? Aanita wa, ono shima de daareka to ao yakusok shってるんでしょ? Ah, soっか Ja, ataしたちとはここまでね Poqiu no aida wa kono machi ni ir kara, naikakko maatta koto ga aattara, koi kakete Ah, todoけて kurete arigatana, nukiki Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Suche nach Essen Vielleicht können die Stadtbewohner etwas empfehlen Du steuerst die Stroh und Piraten beim Erkunden der Stadt und andere Gebiete Verwende L, um dich zu bewegen und X zum Sprengen Verwende R, um die Kamera zu bewegen Drücke L1, um die Kamera gerade nach vorne zu richten Du kannst die Einschränkung für die Kamerasteuerung über Optionen im Pausenmenü ändern Ja, Freunde, und da sind wir auch schon in One Piece Unlimited World Red Alter, sieht das fresh aus Ich hab dieses Spiel ja wie gesagt schon mal let's played Und ich kann auch gleich hier zu Beginn schon mal sagen, ich werde so ein bisschen halbe Stunde Parts machen Denn ich werde täglich nur einen einzigen Part hochladen, weil ich ja noch ein anderes Projekt habe Das heute auch noch online kommen wird Und da wird es dann halt immer wie gesagt nur einen Part geben Aber ich versuche immer halbe Stunde Parts zu machen Sodass ihr immer genau eine Stunde, wenn nicht mehr, pro Tag auf jeden Fall zu sehen habt Drücke X, um Charaktere Um was? Drücke X, um mit Charakteren Sprechblasen zu reden Rede mit allen, die du siehst Du könntest wichtige Informationen für dein nächstes Abenteuer erhalten Okay, da haben wir schon den ersten Jungen An den kann ich mich auf jeden Fall erinnern Ähm, und ich weiß auch, dass die, glaube ich, hier alle so komische Gesichter drauf haben Guckt euch das mal an, ey Der sieht ja richtig, richtig, richtig angsteinflößend aus hier Ja, willst du meine Boards lutschen? Ja, Freunde, ich werde auf jeden Fall gleich mit ihm reden Ich will das Ganze hier nur noch mal so ein bisschen genießen Es sieht richtig, richtig gut aus Ihr könnt ja gerne mal mein altes Projekt angucken Und einfach mal den Vergleich ziehen Wie scharf dieses Spiel eigentlich? Also, wow, krass einfach Also, ich weiß, dass das Spiel auf jeden Fall 4K unterstützt Ähm, natürlich braucht ihr auch eine PS4 Pro dazu Ansonsten wird das nicht funktionieren Auf dem PC wahrscheinlich auch Und das Ganze wird halt auch nochmal, wie gesagt, auf die Switch kommen Und das Ganze ist leider bis jetzt nur digital erhältlich auf der Playstation Und auf der Switch wird das Ganze dann natürlich auch als, ähm, ja, hier Diese, diese Kassette da Diese Retail-Version rauskommen Aber jetzt sprechen wir erstmal mit dem kleinen Jungen hier Hey, Mister, wie hast du das gemacht? Was du da hinten gemacht hast? Lass mich doch einmal deine Super-Tempo sehen Wie wäre es zuerst mit etwas zu essen? Ich bin am Verhungern Such ja Duja, wenn du Hunger hast Ihr Haus ist auf der Karte Ah, okay Auf der Karte markiert dein Zielort Wenn du ihn erreichst, wird die Geschichte fortgesetzt Ah, okay Rote Flaggen sind sozusagen Hauptstory Um die Karte anzuzeigen Drücke Option, um das Pausenmenü zu öffnen Okay, ich habe dir gesagt, wo du hin musst Jetzt musst du mir noch einmal dein Super-Tempo zeigen In Ordnung, dann pass mal auf Äh, wo auch immer du das Symbol siehst Drücke Dreieck, um mit einer Gum-Gum-Rakete dorthin zu fliegen Die Gum-Gum-Rakete ist ein Fahrschein, um durch die Stadt zu flitzen Ja, das daran kann ich mich noch erinnern Wir können jetzt an Gebäuden Ja, genau, da zum Beispiel Dreieck drücken Und können uns so zum Beispiel einfach über die Dächer der Ja, wie heißt die Stadt nochmal? Transtown oder irgend so was heißt die? Genau, Transtown Äh, können wir uns einfach über die Dächer der Stadt hier schwingen Und einfach hier uns schnell fortbewegen Und wir sehen hier auch solche Luftballons Die können wir einsammeln Da kriegen wir dann irgendwelche bestimmten Items Ähm, die sind dann nachher nötig, um Äh, oh, da ist hier so ein, so ein Ding ist die Self wahrscheinlich Ähm, Panda-Ballon Ähm, dass wir da auf jeden Fall dann unsere Ausrüstungen verstärken können Die ganzen Attacken Das werdet ihr nachher auf jeden Fall sehen Die Items sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig Das weiß ich auf jeden Fall noch Und in die Stadt da rüber komme ich erst, glaube ich, später So wie ich das mitbekommen habe Oder in Erinnerung noch habe Aber guckt euch das mal an, Alter Das sieht richtig cool aus Natürlich werden wir nicht die ganze Zeit in Transtown sein Wir werden nachher auch auf jeden Fall auf Erkundungen gehen Und da kann ich jetzt schon mal sagen Die Missionen werden richtig cool Da werden wir auf jeden Fall einiges erleben, Freunde Und ich freue mich richtig, dieses Spiel wieder zu spielen Ich habe das damals richtig gefeiert Ich habe sogar die Chopper-Edition noch zu Hause Das war damals die Collectors-Edition Ich weiß nicht, kann sich einer von euch daran noch erinnern, so von damals? Megageil Ich will einfach nochmal hier gerade so ein bisschen durch die Gegend flitzen Mir das hier mal so ein bisschen angucken Und natürlich auch diesen Ballon jetzt hier zum Beispiel holen Auf jeden Fall, das mit der Musik auch richtig schön gemacht Alter, aber ich bin immer noch fassungslos, wie scharf eigentlich dieses Spiel ist Wir haben hier die Deluxe-Edition Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon irgendwie eigenes Wort rüsten Genau, das hieß irgendwas mit Wörtern früher Das können wir dann nachher hier aufrüsten Aber da haben wir leider noch nichts Aber was wir auch haben ist Ich weiß nicht, wo man das findet Man kann auf jeden Fall auch die Klamotten wechseln Ich weiß nicht, ob ich das hier schon irgendwo machen kann Oder ob ich das irgendwo anders machen kann Ausgerüstet Sieht nicht so gerade danach aus Wir können auch, wie gesagt, Befehle und sowas alles geben Aber bis jetzt sieht es noch nicht so aus Damit, dass wir irgendwas hier machen können, richtig? Oh, genau Haha, das kann ich euch auch noch zeigen So, und zwar können wir jetzt hoch Und dann können wir das hier machen Wenn wir irgendwo genauer landen wollen Dann können wir hier einen auf Ballon machen Und natürlich dann sanft landen So Ansonsten würde ich mal sagen Gehen wir jetzt mal zum Gasthaus Und jetzt guckt euch mal diese Gesichter wieder an Digga, der sieht aus, als ob der gerade beglückt wurde Von seiner Frau oder so Keine Ahnung Juch, Alter Diese Kartoffelnase, du Wenn da noch diese Fresse dazu Jo, Alter Aber okay Wenigstens haben wir ein sauberes Gesicht Komm, da steht der Nächste mit so einem Gesicht Halleluja Brauchst du eine Unterkunft? Ja, und auch eine ordentliche Mahlzeit Tja, das tut mir leid Aber die Besitzerin ist gerade nicht da Sie ist hier als Yaduya bekannt Siehe auf dem Platz nach Sie unterhält sich dort mit jemandem Der Platz liegt am unteren Ende der Treppe dort drüben Okay, das müsste hier gewesen sein Äh, hat die Guck mal, die hat wenigstens Naja, okay Ein altes, faltiges Gesicht Guck mal, da ist deine Zwillingsschwester hinter dir Die sehen alle so komisch aus Guckt euch mal diese Beine an Als ob die gleich auseinanderbrechen, ey Dass die Hüften überhaupt diese Beine tragen können Krass, Alter Okay Also Körperbau on point auf jeden Fall Schalte die Raufbeule auf der Straße aus Verwende eine Mischung aus Viereck und Dreieck Und springe, um deine Gegner zu besiegen Du kannst Viereck wiederholt für einen Combo-Angriff Oder im Sprung Viereck oder Dreieck für einen Luftangriff drücken Wähle im Pausenmenü Status und dann Befehle aus Um alle Fertigkeiten oder Fähigkeiten deiner Gruppe zu sehen Genau, kämpfen können wir natürlich auch Und das Ganze sieht dann auf jeden Fall so aus Äh, die grüne TP-Anzeige zeigt deine Gesundheit Die gelbe SP-Anzeige deiner aktuellen Geist an Die TP-Anzeige blinkt rot, wenn deine Gesundheit fast am Ende ist Wenn deine TP-Anzeige 0 erreicht ist, bist du K.O. Deine SP-Anzeige nimmt zu, wenn du Gegner angreifst Und Schaden durch die gegnerischen Schläge erleidest Ja genau, wir werden auf jeden Fall immer, immer stärker und stärker Und werden dazu dann auch auf jeden Fall neue Kombos lernen Das war jetzt die Standard-Vieereck-Kombo Dann haben wir das hier nochmal, den Stamp oder Hammer oder wie auch immer Das kann man glaube ich auch aufladen später Ähm, und dann kann man das Ganze natürlich nochmal ein bisschen kombinieren Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, das hier mache Und dann kann ich halt, ja genau, diesen Schlag machen Fülle die SP-Anzeige auf Also wir müssen wie gesagt jetzt einfach nur ein paar Kombos machen Und da haben wir das Ganze schon Wenn deine SP-Anzeige mindestens ein Balken aufweist Halte R1 und drücke Fähig für einen Spezialangriff Während deines Abenteuers lernst du mächtige Spezialangriffe Die die gesamte SP-Anzeige verbrauchen Setze deinen Spezialangriff ein, um mächtige Gegner auszuradieren Genau, ihr habt schon gesehen, man kann auch das Red Hawk einsetzen Und das werden wir jetzt mal machen Red Hawk haben wir direkt mal eingesetzt Das war jetzt zum Beispiel eine der Spezialattacken Und Freunde, glaubt mir, das war noch nichts Da kommen noch viel coolere Attacken Setze die erlernten Fähigkeiten ein, um die Raufholte zu verprügeln Genau Natürlich kann man auch auf dem Boden kämpfen Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus Und so sieht immer der finale Schlag aus Eben so drei Screenshots von irgendwelchen Seiten Und dann hat man die Gegner auf jeden Fall besiegt Eben so drei Das war's für heute. Ich werde es essen. Ich werde es essen. Ich werde es essen. Es ist einfach. Ich werde es essen. Du kannst das Gasthaus jetzt verwenden. Wähle im Gasthaus Ausruhen aus, um deinen Fortschritt zu speichern. So. Ah, hier kann man das auch mit der Kleidung machen, aber das können wir wahrscheinlich erst später machen. Speichere dein Spiel. Ganz genau, das können wir jetzt hier mal machen. Und das ist sozusagen der Hauptort, wo ihr immer zurückkehren werdet, wenn ihr irgendwelche Missionen abgeschlossen habt und speichern wollt. Und Pipapo, kennt man auf jeden Fall alles. Speichern, abgeschlossen, weiterspielen, natürlich. So. Und dann sind sie? Sie sind? Sie sind hier, und ich habe es zu essen, und ich habe es zu essen, und ich habe es nur für den Kunden. Und das ist das Essen und das Essen und das Essen. Wir haben eine Verlust-Kai-Kai-Kai-Kai. Wir haben keine Verlust-Kai-Kai-Kai. Ich bin nur ein paar Fragen. Nur ein paar Fragen? Ich bin nur ein paar Fragen. Wenn ich mich nicht mehr fragen kann, muss ich nicht mehr Fragen geben. Ich kann auch noch ein paar Fragen. Ich kann auch noch einen Fragen. Was ist das eine Frage? Luffy, das ist schwierig! Ach, das ist das... Das heißt, dass... Wir haben alle getötet! Wir sind alle? Zorro, Sanji, Nami, Robin, Franky, Choppa, Usopp, Broek, Wir sind alle von Luffy. Wer getötet? Wer? Wir sind alle? Wir sind alle. Ich habe noch eine Frage. Wir müssen uns fragen. Ich hab' das nicht. Das ist wirklich? Wir haben alle zwei. Oh, was ist das nicht? Wir sind alle. Wir sind alle. Ich hab' keine Ahnung. Natürlich weiß ich's. Aber ich hab' das nicht. Ich sag' mal nix und guck' mal. Die hat einfach mal so eine Melone auf dem Kopf. Erinnert mich irgendwie an ein Pferdhaus. Das wissen jetzt nur ein paar Leute. Aber auch interessant auf jeden Fall. Ja, brich auf und suche nach deinen Freunden. Wir gehen jetzt hier erstmal raus. Und das geht einfach indem wir hier einfach nur mal rauslaufen. Zum 1000 Sunny Schiff. Und da können wir dann weitermachen. So, wir haben jetzt so eine Art Dungeon. Ähm, wir müssen jetzt einfach hier genau weiterlaufen. Und dann bekommen wir halt diese... Ja, das ist einfach so ein Dungeon. Aber das kriegt ihr jetzt gleich alles zu sehen. Ja, Punk Hazard sollte man auf jeden Fall kennen. Die Insel, die zur Hälfte aus Lava Feuer besteht. Und zur Hälfte aus Eis und Schnee. Ähm, manchmal wirst du im Verlauf deines Abenteuers ein Aktionsbuffet angezeigt sehen. Drücke Kreis, bevor die Anzeige verschwinden, um Aktionen wie Ausweichen oder Kontern auszuführen. Ein Aktionsbuffet ist ein Mittel, um wie im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Ganz genau, wir müssen ganz ganz normal kämpfen. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Move, wo wir uns einfach kurz, äh ja, wegteleportieren können. Und, äh, natürlich dann eine Kombo raushauen können. Manchmal kannst du im Abenteuersch Bezeichnungen ausführen, die als starke Stimmen bezeichnet werden. Mit den starken Stimmen kannst du Kameraden anfeiern oder auch auf Hilferufe antworten. Der jetzt DP ohne Boni. Wenn R1 angezeigt wird, drücke R1, um die starke Stimme einzusetzen. Übertreib es nicht, ansonsten wird die Verwendung längere Zeit gesperrt. Uiuiui. Okay. Ja, genau, jetzt haben wir hier irgendwas eingesetzt. Setze ihr erlernte Fähigkeit ein, um den Drachen zu verprügeln. Alter, ich krieg ganz schön viele Trophäen hier gerade, muss man mal ehrlich sagen. Äh, genau. Habe ich jetzt auf jeden Fall eingesetzt. Und jetzt fliegt er. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Jetzt spuckt er wahrscheinlich gleich Feuer oder lässt sich fallen. Keine Ahnung. Okay, er lässt sich fallen. Können wir jetzt wieder hin und auf jeden Fall wieder ordentlich reinhauen. Und ich hätte ausweichen müssen. Und das habe ich jetzt schon einmal verkackt. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden bekommen. Aber das ist jetzt nicht arg viel gewesen. So, und jetzt können wir weitermachen. Und nochmal ausweichen. Wie gesagt, das ist sehr wichtig. Wenn man das nicht macht, dann kann man es eigentlich direkt lassen. Aber es ist ja auch nicht wirklich schwer. Man muss eigentlich nur richtig timen. Und dann geht das eigentlich ziemlich easy. So, jetzt wieder weg. Komm mit, nur Kikiki. So, da ist er wieder gelandet. Wir können ja auch mal eine Luftromo machen. So, mal gucken. Kann ich auch in der Luft ausweichen? Ich glaube nicht. Da habe ich gar keine Ahnung von. Cool, und jetzt ist das Spiel irgendwie eingefroren, glaube ich, oder? Geile Sache auf jeden Fall. Alter Falter. Das Spiel ist bei mir eingefroren. Haha. What the fuck? Aber die Aufnahme läuft doch, oder? Geiler Fail. Gleich zum ersten Part. GG. Geil. Freut mich. So, meine lieben Freunde. Da bin ich auch wieder nach dem kurzen Freeze. Ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt. Denn ich habe schon mehrere Versuche jetzt gebraucht, um das Ganze überhaupt irgendwie hinzukriegen. Ich musste sogar meine Playstation 4 auf Werkseinstellungen zurückstellen. Sodass ich jetzt hier das hoffentlich endlich mal richtig aufnehmen kann. Und das ist auch der erste Test wieder, ob es jetzt endlich funktioniert. Aber mal gucken. Wir werden jetzt erstmal den Drachen hier schön kaputt hauen, dass wir unser Fleisch bekommen. Und viel Leben hat er ja nicht mehr. Wir können auch gleich mal das Red Hawk einsetzen. Und ja, in der Luft kann man hier auch schön kämpfen. Man muss halt nur wissen, wie das Ganze funktioniert. So ein paar Sachen wusste ich auf jeden Fall noch. Und jetzt Red Hawk. Los und Fett. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Los und Fett. Möten come! Ich bin so gut. Wir wissen, wir wissen, was wir nicht. Drogons sind doch sehr richtigen Michi, aber... Schatz liegt da jetzt auch. Ich könnte mich nicht haben. Man muss auch sein, haben wir nicht. Ich kann es die Zeit. Der Idiot, ich muss ihm das Fleisch wieder abnehmen. Aber was wird aus deinen Freunden? Tja, was aus meinen Freunden wird, das weiß ich natürlich an der Stelle nur nicht. Da werden wir auf jeden Fall dann gleich weitermachen. Ja, ein Charakter, der Schuh-Schuh-Schuh-Schuh-Schuh macht. Ja, da kann man auf jeden Fall schon mal wissen, wer das ist. Natürlich sind wir hier noch auf Pankasa, da weiß man es dann natürlich doppelt und dreifach, wer es ist. Und alter Falter sieht das hier mit dem Lava richtig geil aus, auch so von den Lichtverhältnissen. Finde ich das richtig, richtig gut. Und scheinbar funktioniert es jetzt auch hoffentlich endlich wieder. Ich habe Angst schon irgendwie was zu drücken, irgendwas Falsches zu drücken, dass es nachher dann nicht irgendwie funktioniert oder so. Deswegen mache ich jetzt hier gleich mal weiter. Und da hinten sehen wir auch gleich mal die Eishälfte. Hammerhart. Wir sind aber scheinbar irgendwo Gegner. Da, hier. So, die dürfen wir natürlich gleich mal hier kaputt machen. Die halten sowieso nicht so viel aus. Und da haben wir noch diese Kombo drauf. Und hier haben wir natürlich auch Berry. Die können wir einsammeln, denn wir können natürlich auch Lebensmittel kaufen, sei es Nahrung oder irgendwelche Ausrüstungen oder so. Das werden wir alles noch im Lauf des Let's Plays sehen. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, bleibt da auf jeden Fall am laufenden Band. Ja, da habt ihr jetzt auf jeden Fall mal mitgekriegt, was wir mit dieser Beute machen können. Wir haben auf jeden Fall rostiger Schrott gefunden. Das hört sich jetzt natürlich nach Müll an. Es ist auch Müll, aber diesen Müll, den können wir auf jeden Fall nachher benutzen. Oh, das wusste ich gar nicht, dass das explodiert. What the fuck? Ich glaube, ich muss das auf Entfernung besiegen, oder? Ja, genau so muss man das kaputt machen, ohne Schaden zu kriegen. Und dann kann man da auf jeden Fall auch ein paar Sachen einsammeln. So, hier haben wir auch noch mal ein paar Sachen, die können wir hier einfach kaputt machen. Also wie gesagt, das ist halt ziemlich wichtig. Man muss auf jeden Fall ordentlich einsammeln in dem Spiel, um natürlich genügend Ausrüstung später zu haben, um irgendwelche Erweiterungen machen zu können. Deswegen solltet ihr das Spiel wirklich selber zum ersten Mal spielen. Tut nicht einen auf diesen und lauft nur einfach vorbei die ganze Zeit, weil das wird euch absolut nichts bringen. So, ah, ich wusste gar nicht, dass man das gedrückt halten kann. Bam, Alter, nice. Auf jeden Fall weiß ich, dass man die auf jeden Fall grabben kann. Habt ihr auch gerade gesehen. Und dann kann man die auf jeden Fall auch schön zurückstoßen. So, Stück Explosivstein, rostiger Schrott. Also wir bekommen hier echt einigen Shit hier. Und ich weiß gar nicht, kann ich darüber? Ich weiß nicht, ob ich durch das Feuer kann, ohne Schaden zu nehmen. Oder so. So, und, oh, Alter, alles kaputt gemacht. Wir testen jetzt mal, ob ich hier irgendwie durchs Feuer fliegen kann. Moment. Ah, ich brenne. Natürlich ist Feuer für Raffi gar nicht gut. Ich meine, Gummi und Feuer, das verträgt sich nicht so dolle. Deswegen, da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Vielleicht kriege ich da auch nochmal irgendwie einen extra Schaden oder sowas. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber wir wollen es jetzt auch nicht riskieren oder so. So. Wir können die, wie gesagt, auch grabben und können die dann zum Beispiel zurückwerfen. Und so ein Zeugs. Es gibt dann natürlich auch Doppelschaden für die. Also ein Shit können wir machen. Und wie gesagt, immer wenn wir ein Level aufsteigen, erweitert es sich unsere Kombo. Also ich glaube, irgendwann ist auch wirklich dann das Maximum erreicht. Aber wir werden halt immer stärker und kriegen auch mehr Kombos und so ein Zeugs. Das ist halt anfangs nur ziemlich einfach gehalten, das Ganze. Ihr seht ja, ich habe ja bis jetzt auch nur hier mit Viereck was. Wir kriegen das später auf jeden Fall mehr. So. Dann gehen wir noch hier runter. Also ich glaube, ganz schaffen wir es nicht mehr, das Level. Aber wie gesagt, ich möchte so im halben Stunde Bereich bleiben. Und wie gesagt, wenn euch das Ganze hier bis jetzt so gut gefällt oder so, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Ganze auf jeden Fall unterstützt mit einem Daumen nach oben und einfach einen Kommentar. Da genau, hier, das wusste ich noch. Da kann man jetzt irgendwas machen. Überprüfen. Manchmal findest du Punkte der verlorenen Wörter, die sich mit besonderen Schlüsselwörtern öffnen. Finde das richtige Schlüsselwort, dann kannst du den Punkt der verlorenen Wörter öffnen und durchgehen. Ein Punkt der verlorenen Wörter verrät dir bei deiner Untersuchung, wo du das besondere Schlüsselwort findest. Spüre das gesuchte Schlüsselwort mit den Hinweisen auf, die du bekommst. Das Wort für diesen Ort ist weg. Besiege die Feinde im Anti-Gift-Ausrüstung und hole das Wort. So, ich muss wahrscheinlich die besiegen, die so eine gelbe Jacke tragen. Ah, die hier zum Beispiel. Und von denen kriege ich jetzt zum Beispiel das Schlüsselwort. Deswegen, oh. Genau, abwehren können wir auch noch. Das kann ich euch auch mal zeigen. Das ist auch ziemlich lustig. Dazu müssen sie auf jeden Fall erstmal in die Kanonengugel schießen. Darfst du gerne schießen. Wir haben Zeit der Welt, mein Freund. So. Und jetzt können wir das Ganze abwehren. Und können einfach die ganze Scheiße mit meiner Fähigkeit zurückballern. Und jetzt müsste ich, glaube ich, ein Schlüsselwort, glaube ich, bekommen, oder? Oder das kriegen wir woanders noch her. Aber wir bekommen die auf jeden Fall von solchen Leuten. Und das geht halt immer weiter und weiter. Und wir erweitern halt den Dungeon immer weiter. Und dann bekommen wir halt am Schluss einen riesengroßen Gegner. So. Das haben wir auch nochmal kaputt gemacht. So können wir auch nur durchfliegen. Oh. Das hat mir jetzt Aua gemacht hier. Hehehehe. So. Wir können ja was jetzt noch machen. Wir machen noch das Red Power. Komm. Und weg mit dir. Hehehe. Und da haben wir... Ich glaube, daraus kommt jetzt das Wort. Eine Schatzkiste ist erschienen. Raffi, mach es auf. No kiki-ki. Ja, ich mach's gleich auf. Wir machen jetzt aber erstmal den hier noch platt. Ähm. Ich glaube, daraus kommt jetzt sogar das Wort. Wir gucken mal noch. Überprüfen. Überprüfen. Schlüsselwort gefunden. Der Gummi-Pirat. So. Starke Wörter sind besondere Wörter, die die Fähigkeiten der Stroh-Piraten verstärken. Es gibt drei Arten von starken Wörtern. Fähigkeiten, eigene und Item. Fähigkeiten-Wörter. Du erhältst die im Verlauf des Abenteuers. Sie verbessern die Fähigkeiten deines Charakters. Eigene Wörter. Du kannst Charaktere damit ausrüsten, um deren Fähigkeiten zu verbessern. Item-Wörter. Lege diese in diese Item-Palette, dann kannst du jederzeit starke Stimmen einsetzen. Du erhältst mehrere starke Wörter aller drei Arten, während sich dein Abenteuer weiterentwickelt. In der über Info im Pausenmenü zu erreichen Wortliste findest du alle verfügbaren starken Wörter. Aber denk daran, du kannst starke Wörter nicht einsetzen, solange du sie nicht zurück in die Stadt gehst. Gehe durch den Punkt der verloren Wörter. Genau, da muss ich jetzt hingehen. Dann schreit er da halt Gummipirat dagegen und dann kann ich da auf jeden Fall auch durch. So, aber das werden wir dann erst im nächsten Part sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, Freunde. Wird auf jeden Fall ein Projekt, was wir schon mal hatten, aber jetzt auf jeden Fall nochmal besser. Natürlich hat sich mein Kommentarstil im Let's-Play-Bereich natürlich auch viel verbessert seit damals. Ich glaube, das ist schon gute drei Jahre her, wo das Spiel herauskam oder zwei. Bin mir gar nicht so sicher. Da ist einiges passiert, Freunde. Deswegen lasst uns auf jeden Fall zum zweiten Mal Spaß mit diesem Spiel haben und dann wird es auch eine coole Zeit. Eure Meinungen gerne in die Kommentare. Daumen nach oben wäre eine super Sache. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin. True toлоo. Το-Westfiel ist gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 사ale.